Atomlabor und Tour, diesmal in Köln unterwegs. Und zwar hat uns Giberit in die Bohemian Loft des Radisson Blue eingeladen. Hier, wo Wohnideen groß geschrieben werden, da muss es auch eine Besonderheit geben und zwar im Badezimmer. Denn Giberit hat dort das AquaClean System eingebaut, also eine smarte Toilette, die nur mit Wasser reinigt. Man braucht kein Papier mehr. Wer schon mal in Asien unterwegs war, der kennt solche Arten von Toiletten, die nur mit Wasser reinigen. Allerdings sehen die nicht so stilsicher aus wie diese hier von Giberit, sondern eher so ein bisschen globig. Dieses AquaClean System von Giberit ist allerdings dann wirklich so ein Ding, was man sich auch wirklich in den eigenen Haushalt einbauen lassen kann. Sieht einfach stylisch aus, hat viele Funktionen, reinigt nur mit Wasser, man braucht kein Papier mehr. Und ist aus meiner Sicht wirklich das absolute Nonplusultra, was Wohndesign anbelangt. Auf atomlaborblog findest du dann genau diesen Beitrag zu Giberit's AquaClean und die Besonderheiten dazu.